Hey Leute, ich bin Smackpavrik. Ihr wollt euren Anzeigenamen und Nutzernamen bei Snapchat ändern. Ihr werdet schnell feststellen, wenn ihr hier auf den Namen oben drückt, also den Anzeigenamen, den könnt ihr hier jederzeit ändern. Das ist soweit kein Problem. Drückt ihr hier unten drauf, passiert bei dem Nutzernamen nichts. Aber auch diesen kann man ändern. Da gibt es aber eine Besonderheit. Ihr geht hier auf die Einstellung. Ja, hier könnt ihr nochmal den Namen ändern. Hier habt ihr dann den Nutzernamen und hier habt ihr den Namen. Hier könnt ihr auch nicht draufklicken, aber auf dem blauen könnt ihr draufdrücken. Und du hast einmal im Jahr die Zeit oder die Möglichkeit, diesen zu ändern. Danach dann nicht. Das heißt, wenn du hier auf Weiter gehst, hast du jetzt die Möglichkeit, einmal jährlich diesen Namen zu ändern und dann ist es abgeschlossen und du musst wieder ein Jahr warten. Dann sollte dir da ein Fehler unterlaufen. Ja, du brauchst hier nicht den Support kontaktieren oder sowas. Das bringt nichts. Dann hat man halt Pech, muss ein Jahr warten. Oder aber du machst es so, dass du deinen Snapchat-Account löscht und dich neu anmeldest. Wie man das macht, habe ich dir einmal unter dem Video verlinkt. Ich hoffe, die Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Peverig. Bis dann, euer Mac Peverig.